Hier ist eure Nummer 1, Radio Bielefeld läuft bei euch am Sonntag und guck mal, schon sieht es doch viel besser aus für die Arminia. Ein Stotterstart, der nun zunächst, jetzt aber der dritte Sieg in Folge für den DSC in der dritten Liga. Gestern ein überzeugendes 4 zu 0 gegen den FC Ingolstadt auf der Alm. Arminia steht nach 13 Spieltagen in der oberen Tabellhälfte. Tore von Oppi, Klos, Biancardi und Misuta vor rund 14.700 Zuschauern sorgen dafür. Für Torschütze Luis Oppi zum doch recht hohen Sieg. Ich glaube nicht viele haben damit gerechnet, weil wir wussten natürlich, dass es ein gutes Spiel werden kann. Aber dass es jetzt so gelaufen ist, freut einen natürlich umso mehr. Vor einigen Spieltagen, da lag der DSC gefühlt noch am Boden nach der 2 zu 6 Niederlage gegen Saarbrücken und der 1 zu 3 Niederlage in Verl. Dann aber der Punkt gegen Dortmund 2 und jetzt der dritte Sieg hintereinander. Ich würde sagen, wir kommen einfach immer besser in die Abläufe rein, von Spiel zu Spiel und die Stimmung ist immer positiv in der Mannschaft. Und dass es jetzt natürlich mit Siegen noch belohnt wird, sage ich mal, gibt natürlich nochmal immer einen kleinen Extraschub. Einen Extraschub können die Arminen auch übermorgen gebrauchen. Im Pokal kommt der Hamburger SV in die Außerkauf der Schüko Arena. Anstoß ist um 20.45 Uhr. Wir übertragen natürlich live. Vielen Dank.